Oh mein Gott. Das sieht halt so brutal aus, wenn immer so überall die Schatten überall sind. Hannes, hast du einen Plan, wo ich aktuell One Piece schauen kann? Und ein Clura. Glaub ja, deine Reaction. Oh! Guck mal, wie es einfach gegen uns läuft. Weil es fett ab mit Life ist. Oh mein Gott, ich will da rein, ich will da rein. Den habe ich noch nicht. Schnell, bleib hier. Pikachu, mach was. Ich könnte meine Pokémon in Pokémon Go auch umbenennen. Da ist doch Borenda. Mein Gott. Mit seinem schönen Lauch in der Hand. Hey, das ist doch was, was du in der heftigen Höhle rausholst. Und nicht jetzt hier für einen Sichlor, oder? Oh mein Gott. Dann heißt es wieder, beweg dich, beweg dich nicht so viel, aber beweg dich ein bisschen. Ja, beweg dich mal mehr. Und darauf rumzulaufen. Aber beweg dich. Zählt das als bewegen, ja? Oh! Was, ein Brügel! Guck dir den an! Ich schimpf doch gar nicht. Den haben wir aber noch nicht. Da können wir ja mal, äh, n-n-n-n-nana-Beere draufwerfen. Vielleicht wird er dann gemütliche. Ich glaube, es ist kaputt. Ich bin ein Brügel! 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 Ich bin ein Brügel!